So Leute, willkommen zu Teil 2 von Sky Hill. Wir machen gleich weiter. Ich habe ja gesagt, es ist entweder ein Angezockt oder ein Let's Play, je nachdem wie ihr euch entscheidet. Das müsst ihr in den Kommentaren machen. Falls ich es nicht gesagt habe, dann wollte ich es noch sagen. So, ich habe jetzt eine Aufnahmepause gehabt. Vergiften wollen wir uns nicht, dann esse ich den Reis. Was level ab? Achso. Können wir da verteilen. Geschwindigkeit auf Präzision. Ich setze nochmal 2 auf Präzision. Eins auf Geschicklichkeit und eins auf Stärke. So. Wir fahren gleich wieder nach unten, so weit nach unten wie wir können. So, ich habe nicht mehr aktiviert, dass er hier automatisch anzielt. Na, da hat er wahrscheinlich hier auf den Körper geschossen. Wir haben nicht mehr so viel Leben, muss man dazu sagen. Aber wir haben auch nicht so viel Nahrung. Kleber überreife Zwiebel und hier konnten wir entgegen einer Münze uns sogar nochmal Schokolade ziehen. Und kein Kleingeld, ja. Na, hier sieht es ja auch herzallerliebst aus. Aber ein bisschen Alkohol gibt es. Damit kann man gut Wunden versorgen, denke ich mir, weil... Muss ja... Passwortlock. Oh, ein Fisch. Ein Ziegelstein. Und da ist Lea. Ich denke mal, hier haben wir ganz gut Zeug zum Essen gefunden. Oh Gott, der verpasst uns gleich mal einen kritischen Treffer. Dafür rächen wir uns. Hier mal nach rechts. Es ist jetzt schon... Ach, nicht noch einer. Hat der in der Hand. Achso, nee, das ist sein Arm. Der rennt auch weg. Nee. Ich brauche was zu essen. Ja, ich weiß. Geht mir übrigens nicht ähnlich. Ich müsste auch mal wieder was essen. So, wir gucken, ob wir uns vielleicht was zu essen machen können. Nee, können wir nicht. Und ansonsten... Wir könnten Isolierband machen oder einen Stock. Verbandszeug. Können wir hier vielleicht irgendwas machen? Was brauchen wir denn hier? Mit dem Zeug könnten wir zum Beispiel das Bett erhöhen. Jede Stufe des Bettes erhöht die Heilung von Gesundheit beim Schlafen. Das wäre natürlich klasse. Küche schaltet neue Rezepte frei. Dafür brauchen wir den Stock. Was brauchen wir denn für den Stock? Einfach nur zwei Bretter. Die brauchen wir hierfür nicht. Dann würde ich den gerade mal herstellen. So. Und das Isolierband halte ich auch für sinnvoll. Schlüsselkarte. Da haben wir eigentlich noch. Verbandskästen. Ja, wir haben ja ein bisschen was an Verbandszeug. Dann würde ich nämlich die Küche ausbauen. Ganz dringend. Da bräuchten wir jetzt einen Haufen Zeug. Das Bett. Weiß ich nicht, ob ich das ausbauen möchte. Oder ob ich nicht stattdessen lieber so ein Beil machen will. Weil wenn ihr mal überlegt... Schaden. Na gut. Vergleich zum Mob. Doch, der ist eigentlich relativ gut. Was heißt die Minus 33%. Decks 7. Achso. Da brauche ich halt bessere Geschicklichkeit, um das richtig benutzen zu können. Das Rohr... Ne, ich bleibe erstmal beim Mob. Komm. Dann mache ich jetzt erstmal das Bett richtig. So. Gibt es denn hier sonst noch? Werkbank. Neue Baupläne. Da haben wir auch nichts Zeug. Und was bist du? Du bist eine Tür. Ja, jede Stufe der Tür. Na super. Was furchtbares kann passieren, während wir schlafen. Das sind Sachen, die man nicht hören möchte. Was kann man hier mal? Frittierter... Doch, frittierter Fisch. Das ist gut. Dann frittieren wir uns nämlich mal den Fisch. Wenn der uns mehr Nahrung ermöglicht, dann ist das klasse. So, dann verputzen wir dann auch gleich. Aber zumindest ein bisschen was gewonnen. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir aber erstmal... Ja, Verbandskasten nehmen wir. Jetzt fahren wir gleich mal wieder nach unten, so weit wie möglich. Weil ich würde hier ganz gerne zusehen, dass wir noch ein bisschen Nahrung finden. Weil ich weiß, dich kennen wir schon. Aber dich kriegen... Treffen wir nicht. Sag mal, ihr Mobmeister, haut drauf! Planänderung. Geben sie 5 hat er noch und er rennt weg. Metallteile und eine weitere seltsame Nachricht. Die hier auch gar nicht persönlich abgespielt wird. Nehme ich überhaupt auf? Ich weiß es gerade gar nicht. Muss ich gleich mal überprüfen. Sie singen für mich. Sie flüstern. Die Sirenen. All der Aufruhr. Es ist alles Vergebens. Sie sagten, sie wollen mich erleuchten. Es ist wahr. Ich bin froh. Das Fieber steigt. Meine Eingeweide winden sich. Als ob es in mir kocht. Ich verändere mich. Aber ich bin froh. Sie haben mir ein Ziel gegeben. Die anderen werden auch erleuchtet werden. Bald. Ist das etwa von dem, der als erstes hier zu so einem Mutanten wurde? Dann, das würde ja meine These, dass wir hier eigentlich bloß der Mörder sind, nicht unterstützen. Mühe hat sich gelohnt. Das ist gut. Noch so einer. Ich hoffe du... Ich brauche Nahrung. Ich bin froh. Das ist gut. Was macht mich. Ich weiß nicht wie klar, was vor dem之間 passiert ist. Mutanten... und schaue für eine Reise, um weiter zu gehen. Hunger 17, wenn wir Butter essen. Können wir ja nicht irgendwie Butter-Sandwich? Also ohne Sandwich fehlt uns dafür. Wir haben Ei. Was können wir denn aus dem Ei machen? Any fruit? Und Nüsse. Für Obstsalat und Salat. Vegetable und Salat. Ja. Ganz falsch bräuchten wir halt Fleisch. Und für Brot bräuchten wir Wasser und Mehl. Haben wir alles, nicht? Sollen wir uns betrinken? Wir haben gerade mal eine Flasche Alkohol weg und ein Ei hinterher. Nahrhafte Mahlzeit. Was bin ich jetzt überhaupt hochgefahren? Das hat absolut keinen Effekt gehabt. Bin ich hier jetzt gelandet? Oh. Ich bin weiter gefahren, als ich eigentlich wollte. Aber es kann vielleicht gut sein. Ist ja gerade ein Vogel durchgeflogen. Aber das gibt Fleisch. Sammler. Sehr schön. Das Fleisch können wir gut gebrauchen. Das beraten wir uns nämlich. Und so schon wieder. Der Modant. Sag mal. Wir haben doch auf Präzision geskillt. Und ich meine 53% Chance ist jetzt nicht so schlecht. Na gut. Hau ich halt so drauf. Aber 7,8. Das ist zu viel. Jetzt müssen wir mal treffen. Komm. Jeder zweite sollte treffen. Mindestens. Hat einen Verbandskasten zumindest dabei. Dann benutze ich mal einen davon. Mit der Münze können wir uns ja immerhin wieder Schokolade ziehen. Ach, wir können... Können wir uns das Fleisch auch hier jetzt basteln? Ach ne, dann müssen wir in die Küche hoch. Was, wir sind schon wieder Level up oder was? Dann können wir ja wieder was machen, ne? Dann erhöhe ich mal die Geschicklichkeit. Die Stärke und 2 auf Präzision. Weil Präzision scheint hier ja noch extrem wichtig zu werden. So. Dann bastle ich uns nämlich jetzt hier erstmal gebratenes Fleisch. Hunger füllt es 30 auf. Oh yes. Das ist gut. Ich hoffe uns fliegen noch mehr... Also, ich möchte jetzt nicht so wirken, als ob ich Vögel nicht mag. Ich mag Vögel. Aber ich hoffe, es fliegen uns noch mehr durch. Hier die Scheiben. Ah, der ist jetzt nach unten gerannt, hm? Feig. Oh, ich hab da was vergessen. Kacke. Muss wahrscheinlich leer. Nein! Ein Beil! Da brauche ich das uns gar nicht basteln. Das ist gut. Gut. Dann rüste ich das mal hier aus und als Zweitwaffe den Mob. Jawohl, den Mob brauche ich eigentlich nicht, weil wir ja das Beil haben. Und mit dem Beiler sollten wir jetzt ordentlich Schaden austeilen können. Auch gegen den hier. Ach, den haben wir ja schon mal getroffen. Ne. Wechsel auf das Beil. Und jetzt ziehe ich direkt auf den... Sag mal, du hast ja schon ziemlich zu wie ein Metzger, aber... Triffst nichts. Wie viel? 57 Prozent. Also, da sollte man schon mal treffen können. Zack. Bad. Ja, der verfehlt ja selbst bei so viel Prozent. Kein Verband. Was willst du denn? Ne. Ganz ehrlich. Ne. Ich weiß nicht, was das für einer ist, aber mit dem lege ich mich garantiert nicht an. Ich war wieder nach oben. Wir legen uns mal ein wenig hin für einige Stunden. Na, ich würde sagen, für drei Stunden schlafen wir jetzt. Und... Hab gestern wohl was Schlechtes gegessen. Hab ne ganze... Klorolle verbraucht, um die Konsequenzen zu beseitigen. Hat uns aber ordentlich geheilt. Und... Wir haben nicht so viel Hunger. Auf jeden Fall sind wir fit genug. Na, da unten steht immer noch dieser Butcher. Und wartet auf uns. Also, mit dem sich anzulegen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also, wenn, dann werde ich mich vorher nochmal ordentlich heilen. Verdorbenes Fleisch und Lumpen. Ja, mit dem hier ist das schon ein bisschen angenehmer. Ach, das sind zwei. Sag mal, warum stehen denn da zwei? So, komm. Sack. Unfairer Kampf. Ja, aber ich hab beide umgenietet. So, Mutantenblut heilt null. Warum... Warum heilt das null? Da muss ich wahrscheinlich erst was basteln. Hier so ein Verbandskasten. Bräuchte ich Kleber? Schmerzmittel? Kann ich hier nicht aus... Ja, wenn ich Antibiotika kriege, kann ich mir hier immerhin ein Gegengift basteln daraus. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wenn ich nochmal... Wenn ich jetzt Alkohol hätte, könnte ich sogar Verbandszeug machen. Aber das habe ich ja noch. Aber ich glaube, ich schmeiß mal einen Verbandskasten ein. Und ich versuche mich mal mit dem Butcher zu prügeln. Während ich renne ich weg. Der hat 60 HP. Ach du Kacke. Aber 15 haben wir ihn mit einem Schlag abgezogen. Und er scheint langsam zu sein. Er haut zwar auch kräftig zu. Aber wenn man ihn besägt, ist das klasse. Lumpen, Reis, leer und leer. So stark ist der nicht. Er sieht stärker aus als er ist. Seien wir mal ehrlich. Aber natürlich, der Hunger nagt weiterhin an uns. Ja, ich versuche es mal nicht. Ich verhungere. Ja, ich weiß. Hier, stich ihn ab. Der hat bestimmt was zu essen dabei. Sieht schon so nahrhaft aus. Nein, genährt. Nicht nahrhaft. Nahrhaft ist auch nahrhaft. Man weiß es nicht. Aber hier in dem Raum ist auch nix. Also. Muss ich ja dringend was essen. Bisschen Schokolade ist besser als nix. Leer. Ein bisschen Alkohol. Ja, da ist dann halt die Frage. Ist es als Nahrung besser oder als Heilgegenstand? Na, Kollege. Ach, rennt der wieder weg. Leer und Lumpen. Oh Mann, so viel. Ich habe mehr Lumpen, als ich jemals brauchen kann. Ich hätte lieber was zu essen. Wenn ich die Lumpen essen könnte. Ähm. Hallo, Sir. Damit mache ich den meisten Schaden. Ach du Kacke, ist der übel. Auf jeden Fall ist er schnell. Schneller als der Butcher. Also je weiter wir nach unten kommen, desto schlimmer wird es für uns. Nicht erwählen. Oh Kacke, wir sind so gut wie tot. Er ist auch tot. Kleingeld, ja. Gut. Wir können jetzt noch ein bisschen Reis essen. Oder was verdorbenes. Vielleicht bastel uns hier einen kleinen Verbandskasten mit dem Alkohol. Das könnte ich machen. Und dann schmeißt, dann essen wir jetzt halt einen Block Butter. Ist vielleicht nicht das Nahhafteste, aber ist besser als nichts. Stockteil eines Fotos und das ist wieder der Zeitungsfetzen. Also das müssen die hier echt nochmal mit der Übersetzung machen. Oder auf dem Foto ist ein Zeitungsfetzen. Das kann natürlich auch sein. Er hat jetzt nicht der Verdacht, dass es sich bei der Mordserie möglicherweise um Ritualmorde handelt. Der Mörder aber in jedem Fall unter einer schweren psychischen Störung leidet. Jeder dokumentierte Mord wird mit einer selbstgebauten Waffe begangen. Was den Verdacht nahelegt, dass der Täter ein erfahrener Handwerker oder Mechaniker ist. Die Tatwaffe selbst ist durch diese Umstände schwer zu identifizieren. In den Medien ist der Täter als der Mechaniker bekannt. Ich muss jetzt kurz mal in die Aufnahme. Okay, Aufnahme läuft fachgerecht und ein paar Minuten machen wir noch. Das ist auch wieder nichts. Ich hoffe da unten wartet jetzt nicht noch so einer, sonst kann ich nach oben rennen. Ne, der ist okay. Ich meine die Typen, die sind im Vergleich harmlos. Leer. Dann machen wir schon wieder Level ab. Ja. Dann mache ich unsere Präzision mal höher. Und eins setze ich noch auf Stärke. Wir müssen hier dringend besser werden. Zucker. Teil eines Fotos 2. Besteht scheinbar eine Verbindung zwischen diesen Morden und einem weiteren, der zwölf Meilen außerhalb der Stadt begangen wurde. Eine junge Frau wurde brutal mit einem Hammer erschlagen. Daraus konnte kein Hinweis auf einen Raub oder ein Sexualverbrechen gefunden werden. Die einzige Überwachungskamera mit verwertbarem Bildmaterial zeigte nur einen Schatten. Eine in den Schatten verborgenen Gestalt, die vom Tatort floh. Das ist natürlich immer schlecht, wenn man keine Hinweise auf den Täter findet. Und hier ist auch wieder kaputt. Aber hier ist doch nur der Fuzzi. Ganz knapp überlebt er. Zack. Ist in der Palme irgendwas? Yeah. Wann hab ich jetzt die Palme kaputt gemacht? Hab ich da irgendwas rausbekommen? Ich wüsste nicht was. Weil mein Mob, mein Messer. Hier verbessern kann ich auch nichts, weil ich kein passendes Material dafür habe. Neue Waffen kann ich mir auch nicht basteln, weil ich auch die Werkstatt nicht, die Werkbank nicht hinkriege. Ein Foto. Das könnte ich basteln. Ah. Jetzt kann ich hier alles lesen. Abstoßend. Sie waren die ganze Zeit unter uns. Die Hinweise waren überall. Und wir haben es nie bemerkt. Sie tarnten sich, sie versteckten sich, verschlingen uns. Und niemand kann sie sehen. Sie verändern uns irgendwie. Verändern uns. Ohne dass wir es wahrnehmen. Aber ich kann sie sehen. Das ist meine Gabe. Nach einem Schock oder einer traumatischen Erfahrung können sich solche Gaben manifestieren. Das weiß ich. Bei mir geschah es nach meinem furchtbaren Autounfall auf Highway 9. Ich hatte Glück. Mehr Glück als die anderen in meinem Wagen. Jedenfalls. Ich lebe. Sie nicht mehr. Und jetzt muss ich alle anderen retten. Wenn ich es nicht mache, wer dann? Nach allem, was ich gesehen habe. Ich trage jetzt immer ein Messer bei mir. Immer vorbereitet sein. Sie sind überall. Einer von ihnen gab sich als Bettler aus, in Lumpen gehüllt. Ein anderer lebte unter einer Brücke, aß Hunde. Mein Messer reichte schon bald nicht mehr aus. Es sind zu viele. Sie sind zu gefährlich. Aber die Menschen sehen die Gefahr nicht. Sie haben mir die Waffendizenz verweigert. Dann nehme ich die Dinge eben selbst in die Hand. Ich erinnere mich noch genau an die Bennings. Alle von ihnen. Die ganze Familie waren tot. Ihre Leichen wurden von fünf hässlichen Freaks gefressen. Die arme Annie war doch erst acht. Ich erinnere mich an meine blinde Wut. Ich erinnere mich an die Waffe in meiner Hand. Ich erinnere mich an die fünf Monster. Wie sie sich in ihren eigenen Blut wandten. Verdammt. Wäre ich doch nur früher da gewesen. Wäre ich doch nur. Ich erinnere mich, wie einer von ihnen fliehen wollte. Die abartige Bestie war verwundet. Er spritzte überall Eiter. Aber der Freak hat es geschafft, durchs Fenster in die Gasse hinter dem Haus zu entkommen. Ich weiß, dass da draußen ein Krieg tobt. Diese Monster haben sich bis in unseren innersten Kreis geschlichen und hetzen uns gegeneinander auf, sodass ihnen das Fressen leichter fällt. Ich hoffe nur, wir sind am Ende schlauer als sie. Ist der Mörder eventuell einer von den guten? Wir wissen das nicht. Ja, du verhungerst. Wir fahren mal wieder nach oben. Ich möchte mal gucken, ob ich eventuell... Ja, hier könnte ich noch einen Stock herstellen. Aber wir brauchen, glaube ich, nicht noch einen Stock. Oder können wir hier irgendwas herstellen? Nägel! Wir bauen Nägel. Nägel brauchen wir. Was brauchten wir denn noch? Ja, Draht. Ja, da bräuchten wir mehr Metallteile. Dann könnten wir auch noch Draht herstellen. Und aus Draht könnten wir theoretisch hier sogar Kabel machen. Und wofür brauchten wir das? Also, wir könnten jetzt theoretisch eine bessere Tür bauen. Bald können wir eine bessere Werkbank basteln. Ein besseres Bett. Dafür brauchen wir noch eine ganze Menge. Aber mit Draht könnten wir uns unter anderem eine bessere Küche bauen. Nahrung wäre mir, ehrlich gesagt, lieber gekochtes Ei. Nein, der hätte ich mein Ei nicht wegwerfen sollen. Ein Stiletto. Klar. Da bräuchten wir auch mehr Speed. Ja, eine Runde schlafen. Aber mit Leermagen kann er ja nicht schlafen, der gute Herr. Deswegen hauen wir uns gerade mal ein wenig Reis rein. Ja, wir können probieren zu schlafen und hoffen, dass nichts passiert. Das ist, glaube ich, erstmal ein bisschen Zucker. Ich versuche mal drei Stunden zu schlafen. Während ich schlief, ist nichts geschehen. Wenn man die Umstände bedenkt, ist das eine gute Nachricht. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen erholt. Ach Quatsch, nein. Ja, war doof. Da mal hier hin. Was? Mein Handy geht? Also, in-game. Wie mache ich das denn auf? Habe ich das hier? Mit was gehe ich denn ran? Kumpel? Ähm. Ist hier irgendwo ein Handy? Ich sehe es nicht. Ah, wie Handy? Oder ist das hier irgendwo drin? Ah. Message from Bro. Du bist cool. Bock rumzuhängen? 62. Stock, falls du es vergessen hast. Von Mandragora war das Handy. Das ist das Entwicklerstudio. Finde ich schon mal sehr schön, wie sie sich hier eingebaut haben. Wir müssen was essen. Ich versuche es mit dem verdorbenen Fleisch. Magenverstimmung. Nee, verdammt. 62. Stock hat er gesagt. Oh, Kacke. Habe ich noch irgendwas zum Heilen, was ich mir kurzzeitig einwerfen kann? Nee. Sorry, Kollege. Mit dir lege ich mich nicht an. Ich fahre in den VIP-Bereich. Frittierter Fisch. Ja, den machen wir uns als erstes. Kann ich nicht hier irgendwie was... Ich kann doch ein Gegengift irgendwie herstellen, oder? Welche Antibiotika, stimmt ja. Aber Leute, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss. Und bis dann. Euer Wolf. Das ist das nicht immer mehr. Das ist das nicht immer wieder. Ein bisschen Pinot, die mich hoch ist. Ich bin ein Mal. Und das ist dieses Schiefe. Untertitelung des ZDF, 2020